1. Kroatische Matadoren Radoslav Rojina Adria Mobil, 0 Uhr 56 Die nur 134 km lange dritte E-Appe, die in Trogir gestartet wurde, wurde zunächst von einer 5-Fahrer-starken Spitzengruppe um John Bocci Adria Mobil, bestimmt, der bereits zum dritten Mal in Folge als Ausreißer aktiv war. 6 Minuten gestand man dem Quintett an Maximalforsprung zu. Als es aber in den 28 km langen Schlussanstieg ging, waren die Ausreißer wiedergestellt. 3. Spitzenduo belauert sich in der Folgezeit übernahm Trexegafredo in der Person von Niklas Ek das Kommando und verkleinerte das Feld bis zur Hälfte des Anstiegs auf eine noch 10-Fahrer-kleine Gruppe, in der unter anderem noch Gianluca Brambela, Trexegafredo, sowie die ersten vier des späteren Clasmons saßen. Als Ek 10 km vor dem Ziel ausscherte, attackierte Siuchu postwendend. Brambela schoss zunächst die Lücke, konnte aber im Gegensatz von Winning, Rojina und Giedig das Tempo an der Spitz nicht halten, so dass diese nur noch aus vier Mann bestand. Bis vier Kilometer vor dem Ziel harmonierte das Quartett hervorragend, ehe Winning sich nach vorne verabschiedete. Allerdings konnte 1.500 Meter vor dem Ziel Siuchu nochmals nach vorne zum Niederländer aufschließen. In der Folgezeit belauerte sich das Spitzenduo. Zu einem richtigen Bergaufsprint kam es nicht, denn der erschöpfte Winning machte keine Anstalten, dem an erster Position fahrenden Siuchu noch den Sieg streitig zu machen und ließ auf den letzten Metern noch eine kleine Lücke aufgehen. Video, Kraftakt, Siuchu gewinnt schwere dritten Bergetappe Video, Schreckmoment. Auto räumt Radfahrer. Auto räumt Radfahrer.